Was ist das? Das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standardlasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der Sterlern und Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du würdest meinem Kommando unterstehen und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine seltene Arbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Ich weiß nicht. Es gibt hier eine Menge Faktoren, die in die Entscheidung einfließen sollten. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Das sollte dir helfen. Bin froh, dass ich helfen konnte. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin. Ich kann dir gar nicht genug danken. Gute Reise. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Zahnfleischbluten. Anzeichen von Anämie. Ja, wir sollten dich besser entgiften. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Hab sonst keine Beschwerden. Dann ab mit dir. Hallo. Doc Anderson ist die Beste, oder? Da, schau her. Wenn du Hilfe brauchst, darfst du nicht mehr dich mal ansehen. Dann ab? Okay. 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 Genau das Teil, wonach ich gesucht habe. Die Jungs in der Werkstatt flippen garantiert das. Sonst gibt's hier nichts. Dieser Schrottberg ist leer gepickt, Betty-O. Baut ihr da was? Mein Kumpel und ich bringen eine alte Powerrüstung wieder auf Trab. Wir haben richtig coole Metallanzüge. Du bist echt cool. Wirf mal einen Blick auf unser Zeug hier. Unsere Maschinen sind sehenswert, Jack. Oh Mist. Bald ist wieder Poetry Slam und ich bin nicht vorbereitet. Ach, College Square. Früher war das hier ein Zeug. Ach, College Square. Ach, Jesus. Ich weiß, 이건 was zuerst, was auch der individuell nicht profitiert hat. Oh, das ist MicroSQL. Ich hab's vergessen können. schön dass sie noch leben hat es geklappt die mission ist abgeschlossen wir haben den sender endlich mal gute neuigkeiten gute arbeiter ich war das nicht allein ich hatte zivilisten unterstützung ich habe ihr einen platz in unserem team angeboten aber ich weiß nicht ob sie das angebot annehmen wird bis sie sich entschieden hat kann sie hier gerne ihr lager aufschlagen sofern es nicht unsere operationen stört es ist noch immer ein platz für dich in der bruderschaft frei wenn du ihn möchtest ich muss noch etwas länger darüber nachdenken wie du meinst wenn du dich entschieden hast du weißt ja wo du uns findest es ist noch immer ein platz für dich in der bruderschaft frei wenn du ihn möchtest ich muss noch etwas wie du meinst wenn du dich entschieden hast ich meine rennes Eindrucksvolle Befestigungen. Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Oh Gott. 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 Oh Gott.